WRECKS WRECKS Leute, nach 10 Jahren YouTube läuft es zwar immer noch stabil, aber ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass das ewig so weitergeht. Ich muss mich auch mal in anderen Branchen umsehen. Ob das vielleicht auch was für mich ist. Und es gibt eine Branche, die wird immer existieren. Denn egal wie die Wirtschaft abkackt, es wird immer einen geben, der mehr als du hast und den du dann ausrauben kannst. Deswegen probieren wir heute den Thief Simulator aus. Let's go. Okay, ich werde einfach reingeschmissen. Ich soll dieses Haus ausrauben? Es sieht irgendwie nicht so aus, als wäre da viel drin. Oh, hi. Oh, scheiße. Oh. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt einfach rumbringen. Ha. Verdammt. Das wusste ich nicht. Okay, ich habe da so ein Auge. Den sieht man mich nicht. Ich bin hier in diesen Püschen und unmöglich, dass mich der Typ sehen könnte. Unmöglich. Schlösser knacken, Stufe 4. Glasschneider. Okay. Interagieren. Tja, dann muss ich wohl. Ganz unauffällig. Okay, was haben wir denn hier Feines? Ein Teekessel. Wuhu. Nice. Brich irgendwo bei armen Leuten ein und kau ich in den Teekessel. Das kann ich alles gar nicht klauen. Okay, aber wir sehen, es gibt eine Toilette. Und dann ist es okay. Oh. 15 Dollar. Nice. Das hat sich ja gelohnt. Oh, ein alter Toaster. Ah. Das Fenster war offen. Ich hätte das andere Fenster nicht mehr einschlagen müssen. So, jetzt bin ich hier einfach nur so ein Passant. La, 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 la. Sehr erfolgreiche Beute. Ein Teekessel. Drei Kilo. Was voll schwer ist für einen fucking Teekessel. Ein alter Toaster. Und 15 Dollar. Ich würde doch verlagen, hat es sich richtig gelohnt, diese Person auszurauben. Und die zwei Sachen, die er noch hat, zu klauen. Und die Scheibe einzuschlagen. Was einfach mal viel, viel, viel teurer ist als der Teekessel, der Toaster und das Geld. Ey. Arme Leute ausrauben. Da bin ich gut drin anscheinend. Meine Bude ist anscheinend echt mickrig. Ich meine, ich habe Regale. Das ist praktisch. Und Platz, um Dinge anzuheben. Und hier oben habe ich so eine geile Chill-Lounge. Mit einem fetten Computer und einem fetten geilen Laptop. Aber ich habe nicht mal eine Toilette. Ich habe nicht mal einen scheiß Klo. Und anscheinend schlafe ich hier auch noch. Okay. Das ist ein Pawnshop. Ein kleines Ding. Verkauft der Tankzapfsäulen? Ich biete dir eine Teekanne. Ach, 8 Dollar. Und Ofen in den Toaster kriege ich immerhin 3 Dollar. Wahnsinn. Mann, hat es sich gelohnt, diese arme Sau auszurauben. Ich muss einen Fernseher klauen. Das ist doch schon mal besser. Wir überfallen in das nächste Haus. Das ist wieder so ein kleines Drecksding. Auf jeden Fall jemand, der es voll verdient hat, ausgeraubt zu werden. Aber da läuft jemand nach. Egal. Sieht nicht so aus, als würde es hier irgendjemanden interessieren. Boom. Easy. Sind Fenster offen? Nee. Dann. Puisch. So. Fernseher. Da haben wir einen Ersatzschlüssel. Wer legt sein Geld einfach so auf den Boden? Und dann nehmen nochmal. Aber immerhin. 30 Dollar. Wow. Und dann noch eine Pfanne. Uh. Pfannen sind bestimmt super wertvoll. Warum kann ich diese Ketchupflasche nicht klauen? Ich meine, die werde ich nicht vielleicht unbedingt verkaufen. Aber ich könnte sie selber benutzen. Dann spare ich Geld. So. Das ist wieder eine Hammerbeute. Wer legt sein Geld denn bitte? Einfach im Badezimmer so auf den Boden. Aber ganz ehrlich, wer auch immer das macht, der hat es verdient, ausgeraubt zu werden. Der Typ besitzt jetzt nur noch Müll, einen Tisch, ein Brett, einen Kühlschrank. Keine Ahnung, was da drin ist. Und noch mehr Müll direkt neben dem Bett. Achso, da kann ich mich verstecken. Ich dachte so, ich meine, diese Beute ist so armselig. Da könnte ich auch noch den Müll untersuchen, ob ich da noch Pfann finde. Das ist wahrscheinlich mehr wert als das, was ich gerade eben geklaut habe. Ich glaube, ich mache das ganz gut. Ich sehe gerade. Ich kann im Online-Black Bay teure Dinge verkaufen. Hier, puh, da sucht jemand einen Topf und eine Pfanne für 32 Dollar auf dem Schwarzmarkt. Ja, ich würde auch für einen Topf und eine Pfanne immer auf den Schwarzmarkt gehen, weil das ist die extra Würze, wenn du das dann kochst. Die Tatsache, dass du illegal diesen Topf und diese Pfanne erworben hast, dann schmeckt das Schnitzel einfach viel krimineller. Warte mal, ich habe hier einen Job für 50 Dollar? Irgendwo einbrechen, um Geschirr kaputt zu machen? Nice. Man, ich würde es auch umsonst machen. Ah, fuck. Ich dachte, wenn es schon Nacht ist, dass ich da einfach die Tür auframme. Aber ja, warum ist hier eigentlich niemand? Breche ich schon wieder ins selbe Haus ein? Ich meine, ich breche bei ihm ein, klaue seinen armen Toaster und seine Teekanne, und einen Tag später komme ich wieder, schlag wieder sein Fenster ein, schlag doch seine Teller kaputt und klaue wieder seine Teekanne und seinen Toaster. Armer Typ. Armer Typ. Und... Oh. Okay. Hm. Ich dachte, es wäre jetzt smart, weil wenn sie, ne, umkippt und da liegt, dann... Dann kann sie ja nicht aussagen. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe nochmal die 15 Dollar gefunden. Oh, und noch einen Topf. War ja gut, dass ich die Frau erschlagen habe und nochmal neu anfangen muss. Nächste Mission ist, bei 112 ein Fenster einzuschlagen. Warum auch immer. Die Autos fahren nicht so geil, wie ich es gerne hätte. Ich glaube halt, wenn ich in den Büschen Auto fahre, dann ist es nicht so auffällig, weil dann sieht man mich nicht so gut. Ich verstecke mich einfach bei der Mülltonne. Oha. Da kommen die Polizisten. Okay. Die sind halt reingerannt und wieder rausgerannt. Und jetzt fahren sie weiter. Weiter. Wie lange muss ich jetzt hier noch in dieser Mülltonne hocken? Oh, der... Was macht der? What the fuck? Dieses offene Auto direkt neben dem Haus. Das ist, ähm... Nicht verdächtig. Das ist gut zu wissen. Mein nächster Job ist es, ne Toilette kaputt zu machen. Wir sind jetzt ganz smart und stellen uns hier vor... Ah, verstand, Schlösserknackenstufe 3 brauche ich dafür. So, das ist doch schon mal... Ah, Fenster offen und... Ach, guck mal, was das hier für Snobbs sind. Die haben sogar einen Grill. Wir haben sowas von verdient, ausgeraubt zu werden. So, da haben wir schon mal... Ne? Für spätere Dinge. Ach, Geld. Richtig nice. Ja, da, wo man eine Schuhe lagert. Ach, einfach Geld. Einfach irgendwo Geld. An den Ball kann ich nicht klauen. Wie schade. Oh, was ist das denn hier für eine Snobb? Oh, eine Mikrowelle. Habe ich gerade eine Mikrowelle in meinen Rucksack gestopft? Ach ja, und ich soll die Toilette... Warum soll ich die Toilette kaputt machen? So, hey, brecht bei denen ein und macht das Klo kaputt. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und der Einbrecher hat nicht nur euer Geld geklaut, sondern hat eure scheiß Toilette kaputt. Okay, dann würde ich sagen, haben wir genug. Gehen jetzt nochmal diesen geilen Drucker los, der voll schwer ist. Ich habe das Gefühl, da wird jemand blockiert von meinem Auto. Ist leicht animiert, aber es ist alles gut. Da ist nichts. Hier hinter den Büschen ist nichts. Kein Drucker, außer du willst das kaufen. Dann ist was hinter den Büschen, aber gerade nicht. Ich war nicht mal verdächtig genug, dass sie sich noch einmal umdreht. Direkt nach links und weg. S-Plus oder S-Ausrufezeichen, weil ich ganz viele Glastassen geklaut habe. Das hat mega viel Erfahrung gegeben. Stimmt, ich habe auch noch eine Mikrowelle geklaut. Oh, die Fresse, Winnie. Glastassen auf dem Schwarzmarkt. Ja, Dinge, die man auf dem Schwarzmarkt kauft, wie Tassen. Und für 180 Dollar kaufst du eine gebrauchte Mikrowelle? Krieg mal dafür nicht schon eine neue Mikrowelle? Der kauft einfach diesen Drucker für 270 Dollar. Das muss ein geiler Drucker sein, dass er einen gebraucht für 270 Dollar verkauft, äh, einkauft. So, ich bin jetzt einfach mal in die 109 eingebrochen, weil dafür hatte ich noch einen Schlüssel. Die haben wir uns das Schloss nicht ausgetauscht. Da kann ich wieder, oh ja, ein alter Toaster. Uh, und ein Topf. Mmh, richtig, richtig wertvoller Shit hier. Uh, lass mich raten, hier ist 15 Dollar? Nee, das wäre doch zu gut gewesen. Nee, ich glaube, irgendwann ist der Typ hier doch ein bisschen arm. Ich blockiere den Verkehr, okay. Ja, vielleicht sollte ich lernen, besser zu parken. Es ist einfach, ich überfalle einfach die ärmsten Leute täglich. Das ist so, das beste Typ ever. So, ich gehe jeden Tag zu den allerärmsten Leuten im Viertel und raub die täglich aus. So fucking smart. Oh, was? Versteck mich jetzt hier drin. Kriegen mich nicht lebend. Ich meine, sie, war ja beim anderen Haus, ne? Die werden ja wohl nicht so smart sein und in das nächste Haus gehen, wo ich gerade drin bin. Bei den Bakers. Unmöglich, dass die mich hier finden. Eigentlich kann ich aber weiter ausrauben. Und, alles egal. Polizisten wieder. Easy. Kann ich meine erfolgreiche Toaster-Klau-Session weiterführen? Wozu ein Dietrich verschwinden? Wenn man einfach die Fenster einschlagen kann, um rauszukommen. Warum kriegst du ein Ausrufezeichen? Ach so. Ich blockiere den Gehweg. Die Person konnte nicht vorbeilaufen, weil ich auf dem Bürgersteig stand. Gott verdammt. Ich werde in diesem Spiel wahrscheinlich noch erwischt, weil ich einfach nur scheiße parke. Dann scheint es Parken sehr wichtig als Dieb. Sehr interessant. 150 Dollar dafür, dass ich die Birnendekoration stehle oder zerstöre. Irgendwer, irgendwer muss die richtig, richtig doll hassen. Ich meine, erst muss ich ihre Toilette kaputt machen und jetzt muss ich auch noch ihre Birnendekoration klauen. Holy Shit. Ich meine, was haben diese Menschen getan, womit sie das verdient haben? Ach so, sie heißen Povels. Okay, ist auch ein echt bekackter Name. Brechen wir einfach nachts ein. Sind vielleicht zu Hause und schlafen, aber ich dachte, ich bin smart und park einfach mal direkt hier. Aber zum ersten Mal... Oh, ungewöhnlich geparkt. Der ruft gleich die Polizei fürs ungewöhnlich Parken. Na dann... Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Bye, bye. So leg ich mich auch immer hin. Okay, ich meine, die sind zu smart und haben das Fenster offen gelassen. Was? Okay. Ähm. Ähm. Und jetzt? Ach so, da hat man das, das Birnzeug. Das wollte ich doch nur haben. So, tschüss. Okay, jetzt wurde ich entdeckt. Kommt auch die Polizei oder sowas? Oh, fuck, fuck, weg, 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 weg. Oh. F? Ich meine, ich hab's geschafft. War erfolgreich. Was willst du? Ganz ehrlich, das war jetzt so leicht. Das war jetzt normal. Diese scheiß Birnwase und diese scheiß Leute da. Wie dämlich muss man sein? Da hocken dann welche in deinem Schlafzimmer und du machst nichts. Haben sowas von verdient. Sie haben das Fenster nicht zugemacht. Das würde ich sagen, ist nicht smart. So, jetzt kletter ich hier ganz sneaky rein. Okay, während ich hier drin bin passiert nichts, also kann ich jetzt einfach in aller Ruhe hier alles untersuchen? Ich wurde von einem Mieter gehört. Ah ja, hier, die Kelche, stimmt Ich meine, ich weiß, dass ich von einem Mieter gehört wurde. Der Mieter steht direkt hinter mir Okay, weg, weg, weg Oh, ist weg, 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 weg Go, 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 go Ich meine effektivste Art zu stehlen, definitiv Ich hab sowas von draus Es ist einfach, gehst drei Uhr morgens in so ein Haus stürmst da rein, egal, dass du gedeckt wirst Boom, und diesmal ist es sogar D weil ich mehr geklaut habe Heimlichkeit ist völlig von den Arsch gewesen Aber ich hab mehr geklaut, ich hab noch ein paar Glastassen geklaut In ein paar Minuten ist der Typ komplett aus dem Haus raus Dann kann ich einfach noch meine Toilette zerstören und alles ausräumen Ich meine, es ist mega unerfällig, wie ich hier stehe Oh, ist der Typ, hat sich gerade mal weggeportet? Okay Ja, soll uns nicht stören Ich meine, ganz ehrlich Wenn du in der Nacht zweimal ausgeraubt wirst und dann am Tag, wenn du gehst du wieder das Fenster offen lässt Das hast du es verdient, ausgeraubt zu werden Oh Okay, wir haben noch was erbeutet Wieder die Birne Und ich habe rausgefunden Ich muss nicht mal mit dem Auto wegfahren Ich kann auch einfach zu Fuß hier über diese Linie laufen Ich renne aber weg Und yeah Mission erfolgreich F Beste Dieb ever Ich meine, man kann klar sagen Diebes Rating schlecht, weil ich meine Die Polizei kam oder sowas Aber ich habe es hingekriegt Das selbe Haus dreimal innerhalb von zwölf Stunden auszurauben Ist jetzt nicht scheiße Ich würde sagen Diebes Job ist nicht schlecht Habe ich mich ganz gut gemacht Ist eine Option Falls YouTube nicht mehr ist Dann komme ich zu euch nach Hause Und brauche ich einfach fünfmal an einem Tag aus Klaue ich eure Birnendeko Und einfach so haue ich eure Toilette kaputt Wenn mir irgendjemand dafür Geld gegeben hat Mache ich Ich glaube, da ist meine Mom stolz auf mich Wenn ich das mache Soll ich mehr Jobs testen Falls YouTube nicht mehr ist Also es gibt ja noch viele andere tolle Simulatoren Die man da ausprobieren kann Mit tollen Berufen Die man Die wirklich nice sind Und soll ich das weiter hier mit aufnehmen Ist irgendwie praktisch Könnt ihr mich sehen Aber ich muss nicht Ich verdecke nicht so viel Und so verdecke ich sogar noch wenige Schreibt es in die Kommentare Bis zum nächsten Mal